Hallo, hier ist André von Clicktip. Vielen Dank, dass du dir dieses Video anschaust. In diesem Video zeige ich dir, wie man den Clicktip Smart Copywriter nutzt, um einen Text für eine Landingpage in HTML zu schreiben. Der Clicktip Smart Copywriter ist ein bahnbrechendes Tool, das dir ermöglicht, mit Hilfe von KI, also künstlicher Intelligenz, Texte zu schreiben, Ideen zu entwickeln und Anregungen für dein E-Mail-Marketing mit Clicktip einzuholen. Mit dem Smart Copywriter schreibst du innerhalb weniger Sekunden professionell ausformulierte, SEO-optimierte Texte, Headlines, Betreffzeilen, Blogartikel, Social Media Posts und vieles mehr mit nur einem Mausklick. Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt. Gerne zeige ich dir an einem Beispiel, wie das Feature funktioniert. Ich rufe hierzu den Smart Copywriter unter Tools Smart Copywriter auf. Dieser ist ebenfalls direkt im Clicktip Drag & Drop Editor integriert. Du siehst nun zwei Textfelder. Im oberen Textfeld schreibst du deinen Textauftrag rein und im unteren wird das Ergebnis angezeigt. Als Beispiel möchte ich, dass der Smart Copywriter mir einen Text für eine Landingpage schreibt. Diese soll er in HTML schreiben. Außerdem möchte ich, dass am Ende der Leser über ein CTA, also ein Call to Action, auf mein Anmeldeformular zur Anmeldung für meinen Newsletter hingewiesen wird. In dem Text soll es um ein Buch zum Thema Finanzen gehen. Der gesamte Text soll außerdem SEO-optimiert, also für Suchmaschinen leicht auffindbar sein. Hierfür benutze ich folgenden Auftrag. Schreibe mir einen SEO-optimierten Text in HTML für eine Landingpage, auf der für ein Buch geworben wird, in dem es darum geht, wie man seine Finanzen profitabel anlegt. Am Ende soll sich außerdem ein CTA zur Anmeldung für ein Newsletter befinden. Ich klicke anschließend auf den grünen Text erstellen-Button. Nach wenigen Sekunden erstellt mir der Smart Copywriter nun einen Text für eine Landingpage nach meinen Kriterien, den ich nun kopieren und in meine Landingpage einfügen kann. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Jetzt weißt du, wie du den Klicktipp Smart Copywriter benutzt, um schnell und effektiv professionelle Texte für deine Landingpage zu schreiben. Bitte beachte, dass es sich hierbei um eine künstliche Intelligenz handelt, die die Texte schreibt. Diese sind nicht immer perfekt und es ist ratsam, dass du die dir zur Kontrolle noch einmal durchliest bzw. anpasst. Die Texte werden jedes Mal neu generiert. Wenn dir also ein Text gefällt, kannst du diesen zum Beispiel in einem Dokument zur späteren Verwendung abspeichern. Hast du Feedback oder Anregungen? Dann teile sie uns doch bitte sehr gerne mit. Vielen Dank fürs Ansehen und weiterhin viel Erfolg mit dem Smart Copywriter von Klicktipp. Klicktipp.